Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich fange eine Staffel über Elba an. Wir sind hier gerade auf der Hinfahrt in Norditalien. Wie man sieht, wird es abends. Wir sind so zwölf Stunden gefahren. Wir sind mit drei Autos hier. Das hier ist unser Camper, der ist sieben Meter lang. Und wir wollen nach Piombino. Da legt unsere Fähre ab, nach Elba. Wir fahren eine Stunde mit der Fähre. Ja, dann das Elba ist eine sehr schöne Insel. Es ist eine kleine Insel, da kommt man schnell rüber. Aber sie ist wirklich sehr schön. Und ich werde auf weiteren Videos natürlich eine Staffel über Elba machen. Und dann sehen wir uns auf Elba. Vielleicht sogar auf der Fähre. Und dann würde ich sagen, bis dann. Und wie immer, lasst ein Like und ein Abo da. Abonniert den Kanal, wenn euch diese Staffel gefällt. Oder wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und wenn ihr alles mitbekommen wollt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ciao.